Hier unten bei dem runden Ding, schneller drehen. Ja, heute, ich rück das nochmal, ich zeige Ihnen nochmal das Ganze hier, das ist also so ein Bildchen mit einer Wahlurne und es geht ja ins Superwahljahr jetzt und jetzt gilt es ja sozusagen, dass wir sozusagen eine neue Regierung bekommen, einen neuen Kanzler bekommen und dabei haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass natürlich die Linke unter die 5%-Klausel fallen wird, also irgendwie bei 4,8%, 4,9% hängen bleiben wird und wer natürlich auch sofort unter die 5%-Klausel fallen wird und wahrscheinlich noch schneller, ist die FDP mit Christian Lindner, sozusagen die FDP und Christian Lindner ist am Ende, weil eben solche Leute, so eine Gruppe an Leuten, prominenten Leuten wie Sucharit Backtig, Köhnlein, Füllmich, Schiffmann, Fischer, Rosen und vielleicht Homburg, Hockertz, Wallach und so weiter kommen und sozusagen entweder die neuen Kanzlerkandidaten unterstützen oder selber als Kanzlerkandidat werden, das ist ja alles noch nicht endgültig raus und das hat allerdings zur Voraussetzung, dass man natürlich die Reformen auch an seine Seite nimmt, die 56% erzielt haben in einer simulierten Bundestagswahl und darum wird es dann gehen. Aber wir fangen an mit ein paar, bevor wir jetzt gezielt auf die FDP eingehen, auf ihr politisches Konzept, ihre Schwächen, warum sie auch gar nicht mehr gebraucht werden und so weiter und welche Reformen sowieso die FDP überflüssig machen und ja, genau, die FDP war ja schon draußen aus den Parlamenten und dann wird sie halt endgültig rausfliegen aus den Parlamenten jetzt, ja. Gut, wenn sich alle einigermaßen vernünftig verhalten, ja, dann gehen wir hier hin, machen mal kurz erstmal so die Kurznachrichten, na, so, Schluck Wasser. Ja, Schweden, Kurznachrichten, Schweden wird zur Zeit wieder mal schlecht gemacht, und dann wird es so dramatisierend gesagt, 10% aller normalen Toten seien 10 Corona-Tote. Aber genau das ist eigentlich, das verrät die Harmlosigkeit. Denn überall, wir haben in den USA von 2,5 Millionen Toten der letzten 250 Tage, haben wir gerade mal 10%, 250.000 als Corona-Tote. Das ist nicht schlimm, ja, wenn die, wir haben viele Todesursachen und wenn dann eine davon ist, schwere Atemwegs- und Lungenerkrankungen in ungefährer Ähnlichkeit zu schweren Grippen, dann sind diese 10% ganz normal, das ist nichts Besonderes und kein Grund für irgendwelche Maßnahmen, ja. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist ja, weil sich dann, die käme wieder die Antwort, ja, wir haben ja nur deswegen nur 10%, weil wir so viele Maßnahmen machen, aber in Schweden hat man keine Maßnahmen gemacht und an die Empfehlungen haben sich in Wirklichkeit fast niemand gehalten, ne. Und die jungen Leute geben das ja auch zu, dass sie sich an die Regeln, also an die Empfehlungen der Regierung gar nicht halten, sondern die sind einfach nur froh, dass es da gar keine Zwänge gibt, ne. Und in Weißrussland wurde ja das Corona-Thema völlig ignoriert und da ist nichts los, laut Aussage aller Zeugen, die da befragt wurden. Ja, da ist nichts los, außer natürlich so ein paar Prozent Atemwegserkrankungen gehören zu den ganz normalen Todesfällen, ja. Und da wird also so gesagt, ja, es werden zum Beispiel eben in der letzten Saison seien eben 14.000 Menschen in Schweden an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben, 11.600 an Tumorerkrankungen, das sind zusammen 25.600 und eben schreckliche 5.500 an Corona. Ja, das ist aber eine ganz normale Rate, wie sie für schwere sozusagen, ja, es ist ja so, die ganzen Atemwegserkrankungsviren oder Bakterien oder was auch immer da eine Rolle spielt, diese Mikroben oder Mini-Dinger, das nennen wir sie mal Mini-Dinger, weil ja Viren im eigentlichen Sinne ja kein Leben sind, aber nennen wir sie mal Mini-Dinger. All diese Mini-Dinger sind natürlich immer für einen Teil dafür zuständig und wenn zum Beispiel längere Zeit in einem Land eben nicht viele Leute abgeräumt wurden, also die Immungeschwächten, Fehlernährten, ja, ungesund Lebende nicht abgeräumt sind, dann hat halt so natürlich auch ein, ja, ein kräftiges Virus einfach gute Chancen, auch dann jetzt mal viele abzuräumen, ja. Ja, und wenn zuletzt schon eine schwere Grippe zum Beispiel viele abgeräumt hat, dann in solchen Ländern würde dann Corona eher weniger Tote hinterlassen, weil eben ja viele schon abgeräumt und weggeräumt sind, die eben sowieso zum Sterben anstanden und deren Leben nur noch aus Leiden und Vegetieren bestand, weil sie sowieso schon lange in einem Sterbeprozess sich befanden. Also von daher ist jetzt also sozusagen, ja, also jetzt denkt wahrscheinlich die Politik, sie könnte ja gegen Herz-Kreislauf-Erkrankung können wir ja nichts machen und gegen die Tumor-Erkrankung können wir auch nichts machen. Dabei wäre das die eigentliche Aufgabe, gegen diese 25.600 Toten da wirklich was zu machen, eben mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientist for Future könnte man diese Zahl von 25.600 Herz-Kreislauf- und Tumortoten auf ein Fünftel, vielleicht sogar auf ein Zehntel reduzieren. Aber das ist eben die Unwissenheit der großen Politik, weswegen auch eben so eine Partei wie die FDP eben ja auch verschwinden sollte, weil ihr da eben die Kompetenzen fehlen. Ja, also ich fange mal an. Die FDP hat ja immer geneigt, ja, gehen wir noch mal kurz zurück, oder schauen wir uns jetzt mal kurz die Situation an. Also FDP in der simulierten Bundestagswahl haben die nextscientistsforfuture.de. Da finden Sie fünf Zentimeter tiefer dann den Link zum Live-Ticker. Das hier ist im Live-Ticker. Im Live-Ticker finden Sie alles Wichtige über die neue, große, kommende Volkspartei und ihre Helfer. Also wir sind ja bis jetzt nur beratend tätig im Bereich von wir2020.de, wo auch Economy for Mankind und Lösungen.jetzt aktiv beratend tätig und einflussnehmend tätig sind. Und hier haben wir die Situation, also wenn unsere Reformen kommen, dann verliert die FDP alle Wähler. Sie braucht ja von den sechs Prozent nur anderthalb Prozent verlieren. Dann ist sie irgendwo bei 4,9 Prozent. Und dann ist sie weg. Dann ist sie einfach nur weg. Und das ist eine der leichtesten Übungen. Sie sehen ja hier, was wir mit unseren Reformen, was wir den jeweiligen Parteien wegnehmen. Und heute ist, also gestern haben wir erklärt, dass die Linke eben verschwindet. Und natürlich verschwindet die FDP noch davor. Die verschwindet sogar noch schneller. Und ja, und dann gucken wir uns das mal an. Also, das Problem ist, Economy for Mankind zum Beispiel berät wir2020.de und da bin ich, habe ich heute zwei Telefonate mit zwei prominenten Professoren. Und wenn einer von denen bereit ist, in die Partei einzutreten, dann haben wir das, was wir brauchen für die Tür durch die Sender, nämlich einen Promi, der auch Parteimitglied ist. Und wir haben die externen Experten. Und damit können wir darüber sprechen, was wird die neue Volkspartei in der Variante wir2020.de machen, sozusagen. Und wie wird sie Deutschland retten? Und die die anderen Parteien, da sind ja nette Gespräche, aber ich warte immer noch auf das klare Go, sozusagen, von die Basis, die andere Partei. Und wir2020 EU gibt es auch noch kein Go, sozusagen. und von die Föderalen hört man gar nichts. Aber es würde ja völlig ausreichen, wenn wir2020.de das Rennen macht mit einem, es braucht nur einen prominenten Professor. Und das klärt sich dann heute im Laufe des Tages, ob da jemand vielleicht sagt, ja, ich trete mal einfach in diese Partei ein. Ich habe dann die kompetentesten Wissenschaftshandwerker im Bereich Staatsmanagement und Reformdesign an meiner Seite. Und dann, ja, dann machen wir entweder jemanden von der Partei wir2020 zum Kanzler. Wir wären ja begeistert, wenn dieser Doktor der Physik dazu bereit wäre, Kanzler zu werden oder eben einer der Professoren selbst übernimmt die Aufgabe, das Kanzler zu werden. Schluck Wasser. Noch einmal, bis zu 56% der Leute können wir überzeugen, dass dann 44% total dagegen sind. Das kratzt uns überhaupt nicht, wenn wir 56% Wähler gewinnen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, so ungefähr bei 28% für uns, also ungefähr die Hälfte von den 56% sollten, müssten wir bei der Bundestagswahl schaffen, um den Kanzler zu stellen. Oder eben etwas weniger, wenn wir dann gute Koalitionspartner kriegen und also dann eine Koalition gegen die CDU machen würden. Dann, dann kriegen wir das auch hin. so, aber natürlich sind dann die FDP und die Linke weg als Koalitionspartner und als mögliche, die Grünen bleiben aber übrig, mit denen würden wir sehr gerne koalieren dann und ob die SPD noch übrig bleibt, steht in den Sternen, denn, ja, es könnte, also, denn, wenn man mal, sagen wir mal, 15%, 14% abzieht von den jetzigen, ich weiß gar nicht, wie viele die haben, ach so, ich habe es hier noch stehen, die haben ja, sozusagen hier, ich muss das mal aufheben, der neueste Stand ist ja ungefähr, dass die SPD noch auf 16% kommt, aber nehmen sie davon 12% weg, ist sie schon unter der 5%-Hirte und ist auch weg, dann würde die SPD ja auch ausfallen als Koalitionspartner, wir hätten also nur noch die CDU und die Grünen als Koalitionspartner und die AfD würde sowieso entweder verschwinden oder kommt für uns als bodenständige, vernünftige, naturwissenschaftliche, echte Linke sowieso nicht in Frage, ja, die ist sowieso sozusagen völlig indiskutabel, ne, ja, und von daher bleiben dann nur noch Grüne und und die CDU wird natürlich mit uns überwiegend dann koalieren, wenn sie dann überzeugt ist in den Koalitionsverhandlungen, dass wir die einfach die besseren, viel besseren Reformen für die Bevölkerung haben und die und wir haben als Koalitionspartner eben dann zur Auswahl CDU oder Grüne, alles andere dürfte dann weg sein oder uninteressant sein und die AfD wird sowieso aller Wahrscheinlichkeit nach verschwinden, denn Sie sehen es ja hier, hier war das, hieß das Sonstige, das wäre dann, dazu gehört dann wohl auch die AfD in dieser Studie und das waren 10%, das deckt sich ja auch mit den heutigen Stand, wie ist das AfD, wie steht die heute, die steht heute bei 9%, 9 bis 10%, das ist damals die ähnliche Situation gewesen, damals war nur untypisch, dass die SPD noch etwas stärker war und dafür die CDU etwas kleiner und so weiter und die Grünen etwas kleiner, aber sozusagen hier die AfD, da nehmen wir auch 4% weg, also die wird sowieso möglicherweise dann sowieso in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber es spielt ja auch keine Rolle, mit der Partei redet sowieso niemand und die ist sowieso schon tot und die interessiert auch niemanden mehr und uns als evolutionsbiologische Linke schon gar nicht. Ja, das bedeutet jetzt sozusagen sagen, dass ja, es bleiben am Ende nur Grüne und CDU und die neue Volkspartei. Ja, und das könnte dann wir2020.de sein oder die Basis oder wir 2020.eu oder die Föderalen, wobei da sich offensichtlich gar nichts bewegt, die sind also gar nicht existent irgendwie. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, also die FDP, für was steht die FDP? Zum Beispiel für Privatisierung. Ja, die FDP hat sicherlich uns auch solche Irrtümer, also so vorteilbringende Irrtümer, wie sie aus der Wirtschaft vielleicht kommen, aus den Wirtschaftsverbänden hat sie uns in den Kopf hineingebracht als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, ja, und hat unsere Gehirne verseucht mit so Gedanken wie Privatisierung ist gut, denn da ist irgendwie dann Wettbewerb, da ist dann irgendwie Markt und dann leisten die Leute mehr und dann wird das effizienter als die staatlichen Dinge. Economy for Mankind, die ja auch wie wir, die wir 2020.de beraten und Mitglieder davon beraten und sogar zwei Videos oder sogar auch schon ein inhaltliches Video zu Reformen veröffentlicht haben, sogar unter dem Namen wir2020.de die sagen jetzt wieder nein, zum Beispiel das Gesundheitswesen sollten wir eher voll verstaatlichen, also eher in Staatshand nehmen. Und das ist jetzt die interessante Frage. Welchen Denkfehler hat die FDP gemacht? Warum ist es okay, wenn die FDP verschwindet? Die kümmert sich ja auch sonst noch um Datenschutz und solche Dinge, aber darum kümmern wir uns ja auch hundertprozentig, denn zum Beispiel die Einführung, ja ich zeige es mal gerade hier, ich habe das noch so selten gezeigt, hier mit unserem sechs diskutierbaren neuen Steuerelementen, auch so, Sie können das hier oben, die Überschrift können Sie nicht sehen, aber die lese ich vor, diskutierbare neue Steuerungselemente oder Steuerelemente, Steuerungselemente, da ist es eben so, dass hier, ja ich kann das ja nicht kleiner machen, geht ja nicht, ja wenn wir dann auch sowas wie die Sicherheitsstimme einführen und dann würden ja die Bürger, wenn sie genervt wären durch einen aufkommenden Datenkraken Polizeistaat oder sowas, würden sie schlechte Sicherheitsstimmen abgeben und dann würde sofort dieser Datenkraken Polizeistaat wieder runter geschrumpft werden, ja, denn sozusagen sobald irgendwie der Staat anfängt zu nerven, würde die Sicherheitsstimme dagegen wirken und weil die Leute sich eben in der Sicherheit bedroht fühlen, dann ja durch den Staat, durch den Polizeistaat und so weiter, ja, aber bis zu dem Punkt, wo die Bürger sich einerseits optimal sicher und geschützt fühlen und so weiter, so viel Polizei darf ja auch ruhig sein, das wollen wir ja auch, ne, und bis sie dann sowieso gesund schrumpfen, also sowieso, also wir kombinieren ja gesund schrumpfen der Polizei mit Effizienzsteigerung der Polizei, aber jetzt gucken wir uns die FDP an, ne, die FDP macht ja den ganz großen Fehler, dass sie übersieht, dass Markt und Tauschhandel und dann Wettbewerb und Leistung und so weiter, dass die auch extrem schädlich sein können, denn ohne ein dezentes planwirtschaftliches Element, nämlich zum Beispiel die Wohlfühlstimmen oder die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und ähnliche Dinge oder Budgetierungsmodelle, ohne das wirkt sich Leistung und Wettbewerb und Markt und Tauschhandel total schädlich aus, denn hier, wir haben hier den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution und der sagt, toll wie natürlich ihr lebt und euch ernährt und schmust miteinander und so toll, macht nur weiter so, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich nicht als Früharzt und ich liefere euch auch nur gesunde, naturbelassene, reif geerntete Früchte, Gemüse und so weiter und macht es euch da ein bisschen leichter, aber es ist alles total frisch und total naturbelassen und 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 natürlich super Bio-Qualität und so weiter das ist ein guter Früharzt und Frühhändler und jetzt kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig ist zu dem ersten Früharzt und Frühhändler der sich irrt und der sagt nein, also ihr könnt ruhig auch die ganze denaturierte Nahrung essen euer Naturbezogenheit ist völliger Quatsch in Wirklichkeit krank, was euch krank macht, da gibt es so winzige Dinger die man später Viren und Bakterien nennt und das sind absolute Killer und die die sind für alle Krankheitsursachen zuständig und nur ich weiß wie damit umzugehen also kauft bei mir meine meine Techniken meine meine Impfungen Tests Masken und all diese Dinge kauft das bei mir dann dann helfe ich euch zur Gesundheit und dieses dieser Irrtum erweist sich unter den normalen Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft als als vorteilbringender Irrtum als Killer-Virus des Geistes als parasitäres Mem das jetzt als Killer-Virus die ganze Menschheit infiziert und den der gesamten Menschheit aufs Gehirn drückt denn die Leute kaufen jetzt wie verrückt bei dem seine Maßnahmen er wird quasi wirtschaftlich total erfolgreich kann hier leibliche Kinder geistigen nachfahren sozusagen können ganz viel profitieren von diesen vorteilbringenden Irrtümern er wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach und die heute noch infizieren sie uns mit diesen vorteilbringenden Gefährlichkeits Überschätzungs Irrtümern Schweinegrippe ist ein Killer-Virus und jetzt heißt es halt C ist ein Killer-Virus und so so funktioniert wissenschaftlich gesehen die Dysfunktionalität der Marktwirtschaft der sozialen Marktwirtschaft die ja die FDP uns als Irrtum ständig versucht hat in die Köpfe einzutreiben und damit ist sie überflüssig wie ein Kropf ich hatte ja damals kurz in einer Veranstaltung mit Guido Westerwelle darüber gesprochen er hat gar nicht verstanden dass es auch etwas anderes gibt als eine wild gewordene raubtier kapitalistische pseudosoziale Marktwirtschaft sondern dass es eben auch mit einem klein bisschen vernünftigen planwirtschaftlichen Elementen eine Lenkung gibt das nämlich dann wenn man jetzt hier sagt aha wir geben dem dem Arzt der Zukunft nicht viel Geld wenn er uns möglichst viele seine Dienstleistungen und Produkte verkauft sondern wenn er Gesundheit bewiesenermaßen gefördert hat wir müssen also dann einfach nur dafür sorgen dass also Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen der Bürger gemessen wird so gut man das eben kann und dann wird der positive Anreiz gesetzt hier Verdienstzuschüsse und andere Gratifikationen gibt es nur noch wenn Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen und so weiter messbar und bewiesenermaßen durch einen Arzt und sein Gesundheitskursangebot seines Gesundheitsclubs oder seiner Gesundheitskommune bestmöglich gefördert wird und dann rücken plötzlich die Ausnahmeärzte die 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 wenigen guten die es auch heute immer noch gibt die rücken an die Stelle und werden dann ganz erfolgreich werden und die anderen werden entweder ihren Laden zumachen müssen oder sie lassen sich von den nextscientists for future .de beibringen wie man wie man sozusagen Menschen wirklich gesund macht und Gesundheit fördert und die müssen dann halt völlig umlernen dann können sie auch weiterhin gut verdienen und das bedeutet mit einem gesunden planwirtschaftlichen Element werden Marktelemente überhaupt erst positiv und die FDP steht für die schädlichen für den Markt wild lassen freilassen und damit für schädliche Marktprozesse die für uns alle schädlich und ruinös sind ja und deswegen ist es gut wenn die FDP verschwindet denn offensichtlich konnten wir weder konnte ich es weder die Westerwelle beibringen noch irgendwie der FDP beibringen die verstehen ansatzweise was ich habe ja mit vielen Bundestagsbüros lange telefoniert aber es reicht eben nicht die verstehen das nicht richtig also ist gut wenn die FDP völlig verschwindet und dann sollen sie mal darüber nachdenken wie gefährlich ihr freier wilder Markt ist sozusagen und ihre freie soziale Marktwirtschaft ist ja und jetzt kommen wir zu dem anderen Ratgeber Economy for Mankind es gibt ja noch wir empfehlen ja noch die Gemeinwohlökonomie als diskutierende Instanz dazu zu nehmen auch gerne noch das bedingungslose Grundeinkommen und vielleicht noch ein zwei andere von den Parteimitgliedern gewünschte Diskussionspartner mit dazu zu tun und damit sich die Partei ein umfassendes Bild über neue Ansätze auch machen kann ja und daraus dann ihre endgültige Reformformulierungen Parteiprogrammsformulierungen kondensieren kann sozusagen ja und jetzt würde Economy for Mankind würde jetzt nun sagen ja machen wir das doch staatlich machen wir doch einfach hier die Situation dass eben wir einfach das gesamte Gesundheitswesen staatlich machen dann hat ja niemand mehr verdient ja dann der Arzt nichts mehr dadurch dass er überall sagt sozusagen Leute ihr müsst meine Impfung meine Tests meine Masken und alles das Zeug kaufen und meine Antibiotika und dies und das denn nur so verdiene ich richtig Geld also quasi ja also diesen Vorteil bringenden Irrtümer dass er wirklich glaubt an das was er da sagt ja das das wird dann nicht mehr sein vorrangiges Motiv sein aber welches Motiv hat er wenn das wenn das Gesundheitswesen verstaatlicht ist welches Motiv hat er aber auch seine bisher ja im Studium gelernten Vorteil bringenden Irrtümer grundsätzlich in Frage zu stellen und aufzugeben kann es nicht sein dass es lange dauert sehr lange viele Jahrzehnte dauert bis diese ganzen Vorteil bringenden Irrtümer dann so allmählich aussterben weil der Arzt eben durch die Vorteil bringenden Irrtümer keinen Vorteil mehr hat er hat aber auch keinen Nachteil durch sie ja und warum sollen die jetzt in schnellem Tempo verschwinden warum soll es nicht sein dass die sich vielleicht noch 100 Jahre halten die ganzen Vorteil bringenden Irrtümer der Medizin sparten und der Gesundheit sparten Schluck Wasser die werden sich also noch möglicherweise 100 Jahre halten und werden noch riesige Schäden anrichten während durch das Modell der next scientists for future de durch die positiven Anreize sofort diese Vorteil bringenden Irrtümer unter einen großen Selektionsdruck kommen sehr schnell aussterben egal wie sehr schnell aussterben diese Vorteil bringenden Irrtümer und am Ende der Arzt ein Gesundheitsarzt wird ein Präventivmediziner ein Gesundheitsarzt und so weiter und wir bringen das ja denen alles kostenlos bei und dann sozusagen werden wir nicht mehr 100 Jahre geschädigt durch die früheren veralteten Vorteil bringenden Irrtümer der gesamten Gesundheitssparten weil die ruckzuck umlernen also ist unser Modell mit staatlichem planwirtschaftlichen Element und dann aber Markt Wettbewerb und Leistung gezielt eingesetzt führt eben dann dazu dass sozusagen der Schaden für uns viel geringer ausfallen wird und viel geringer ausfallen wird außerdem was machen wir beim staatlichen Modell zum Beispiel was machen wir dagegen muss ich Economy for Mankind und Lösungen Punkt jetzt fragen dass in einem staatlichen Gesundheitswesen sich die Ärzte nicht einfach ganz gemütlich einrichten und erst mal Kaffee trinken und so und so weil ja eigentlich sie kriegen ihr Gehalt einfach so es wird ja nicht gemessen was sie tun es wird ja die Gesundheit der Bevölkerung nicht gemessen es wird das Wohlfühlen die Langlebigkeit und auch das Wirtschaftswunder der Bevölkerung nicht gemessen also kann es ihnen doch eigentlich völlig egal sein was aus den ganzen kranken Menschen und so weiter wird vielleicht entwickeln sie dann so ein Steckenpferd so in der Medizin mit dem sie sich beschäftigen so ihr Hobby so ja und so nebenbei ab und zu machen sie dann halt mal einen Termin mit dem Patienten und so weiter und machen so ihren Dienst nach Vorschrift ist die Frage ist das wirklich das beste Modell oder ist nicht das Modell der next scientists for future .de besser weil die die quasi sagen ja sozusagen vielleicht ist es doch besser man gibt den Gesundheitsspartlern doch eine klare Zielvorgabe ja nämlich das eben hier da können sie so ein ganz bisschen sportlich an die Sache rangehen ja ich sozusagen ich verdiene ganz gut wenn ich mich nicht über anstrenge aber immer so den Blick offen habe was könnte meinen Kunden noch helfen noch gesünder zu leben noch glücklicher zu werden und so weiter und ich da einfach in diese Richtung immer so mein Auge offen halte meine Augen offen halte ja und ja und wenn ich dann auch mal Lust habe da ein bisschen mehr zu machen dann mache ich ein bisschen mehr und dann kann ich sogar zu den Bestverdienenden und zu den Ranglisten Ersten in meinem Stadtviertel werden als Hausarzt Teamleiter und so weiter und ja also sozusagen so ein ganz bisschen sportliches Element reinbringen sozusagen das ist ja was die Next Scientists for Future zumindest im jetzigen Zustand vorschlagen ja und ja also ich würde sagen so in dem Verstaatlichungsmodell steckt so die die Idee drum wieder so ein bisschen ein Schlag auf dem Land zu schaffen niemand hat irgendwie klare Zielvorgaben niemand jeder kann machen was er will niemand hat eine klare Lenkung seiner Tätigkeit und kriegt sein Gehalt trotzdem und sein Geld trotzdem das erinnert mich an das bedingungslose Grundeinkommen das ja Lösungen Punkt jetzt auch irgendwie vorschlägt ne ja und das heißt also so fassen wir zusammen die FDP ist extrem schädlich für uns Bürger weil sie den wild gewordenen bösartigen raubtier kapitalistischen Weg einer pseudosozialen Marktwirtschaft mit ihren Irrtümern immer gepusht hat sie bringt uns im Datenschutz und in der Bürgergesellschaft keinem kein Plus gegenüber den Next Scientist for Future und sie ist sogar der Economy von Mankind und Lösungen Punkt jetzt unterlegen weil sie sozusagen mit ihrem freien Markt und ihrer Marktwirtschaft sozusagen ohne planwirtschaftliches Element und ohne staatliches Element sozusagen sogar die FDP vielmehr das FDP Konzept vielmehr Schaden anrichtet als das staatliche Konzept denn im staatlichen Konzept würde wenigstens nicht mehr mit Nachdruck auf den Verkauf von Zwangsimpfungen und so weiter Wert gelegt weil die Ärzte ihr Geld ja auch so kriegen also sozusagen die Zwangsimpfung wäre ja mehr Arbeit und vielleicht haben die dann einfach gar keine Lust mehr zu arbeiten und von daher sozusagen stirbt vielleicht bei denen doch nach einiger Zeit dann dieser vorteilbringende Irrtümertum wir müssen möglichst viel impfen so langsam aus weil die Bequemlichkeit dagegen steht also sozusagen die staatliche Lösung hat ja das Plus dass sich jeder Arzt auch überlegen wird ja natürlich könnte ich jetzt impfen aber dann muss ich ja arbeiten und ich trinke aber lieber Kaffee oder flirte mit der hübschen Schwester sozusagen und dann kann es sein dass eben solche übermäßigen Impfungen einfach unterlassen werden und so dann dieser vorteilbringende Irrtum allmählich ausstirbt ja aber eben mir ist eben das System der Next Scientist for Future ist das beste weil es dann nochmal gezielter und schneller für das Aussterben der vorteilbringenden Irrtümer sorgt und dieses ich trinke mal Kaffee diese ruhige Kugel stellen ruhige Kugel schieben im Staatsdienste sozusagen sozusagen die Gammelei im Staatsdienste verhindert und sozusagen gezielt planwirtschaftliche staatliche Elemente gemischt mit marktwirtschaftlichen und Wettbewerbselementen und ja also ich denke das wird effizienter sein aber wir halten fest die FDP ist sowieso eine wertlose Partei gut wenn sie verschwindet weil sie das schädlichste Konzept hat das Gesundheitswesen wieder in Staatshand zu nehmen ist das bessere Konzept und das noch bessere Konzept ist nextscientist for future .de ja und das kann ich nur hoffen dass die Parteien das so dann am Ende auch sehen und dann wird es eine neue Kanzlerin Kanzler geben und dann haben wir ja dann ist die FDP mit Christian Lindner am Ende wie andere Parteien auch und weil die die neuen Promis ja diese neuen Promis hier mit den neuen vier Parteien sozusagen kommen und die Kanzlerschaft und die Regierung übernehmen und die FDP wie manche andere Parteien unter die bei 4,9 Prozent oder weniger hängen bleiben wird und dann verschwindet aus dem Bundestag und aus den Landesparlamenten und so weiter ja das war es doch schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute ja das war es tschüssi bis bald